Ich muss auch mal ein E-Girl buchen. Wie heißt diese Seite nochmal? Die Seite hatte ich sogar mal auf, wo man irgendwelche E-Girls buchen kann. Ich habe heute schon wieder was gesehen von... Also Asian Andy. Ich glaube, du bist auf der falschen Seite. Erst mal buchen. Digga, wie glaubst du... Junge, was bist du so respektlos und guckst mich nicht mal an? Was geht bei ihr, Digga? Die hat irgendwelche Pillen eingeworfen. Digga, es tut mir leid, aber die sind alle anders. Ich habe einen scheiß Hundefilter. Ist man... Chat, würdet ihr sagen, man ist schon irgendwo eine Prostituierte, wenn man für Geld mit anderen spielt? Es ist doch von der Definition her schon, oder nicht? Natürlich nicht in dem Sinne Prostitution, aber... Warte mal, was ist denn der... Ich habe keine Ahnung, was die genaue... Eine I-Nut... Ich weiß nicht genau, was die Definition von Prostitution ist. Oha, Digga. Speich ich mal ab. Der war zwei Trash. Weg mit der... Nein, Quatsch, ey. Kann man auch nach... Kann man nach Dingens... Gibt es vielleicht auch Deutsche? Never ever. Das ist die nächste, Digga. Kriegt man auch ein Proof, dass das wirklich die ist? Nur ein Bild und dann so eins. Kann erst mal ein Proof schicken, Digga. Mösschen, hä? Win ist gleich Free Game. Digga, du kostest einen Dollar pro Game, als ob ich den Dollar nicht noch übrig hätte für noch ein Spiel. Meld dich mit deinem Account, dann musst du es nicht verstecken. Kann man auch eine buchen, die mir vielleicht einmal so ein Tag verbringt. Ich würde ein Game nehmen, wo man... Call... Äh... Daddy... Ja, moin, Digga, du bist ganz schnell wieder geschlossen, meine Liebe. Bringt auch... Du hast mich anders gebatet mit deinen Titten hier, aber dann siehst du aus wie das herbste Knie, Alter. Ja, wie viele? Ich bin einfach nur bei Call of Duty. Das sind alles... Aber es macht doch gar keinen Sinn bei Call of Duty, wenn die... Vom Ping her. Hier gönn dir die. Junge! Den hatten wir gerade schon auf. Und der kostet 25 Dollar pro Spiel. Auch fake, Digga. Safe. Was braucht... 1,50 Dollar pro Spiel. Da würde ich ein bisschen mehr gehen, damit die in den Ansatz mal neu färben können. Da gibt's Sprachnach... Oh, oh. Hey, mein Name ist Christina. Ich spielte Call of Duty auf 360. Jetzt bin ich zurück in die Richtung. Bitte nicht lachen, wenn ich schlecht bin. 360? Die spielt auf 360? Ja, die hat's ja bitter nötig. Ich habe das Spiel noch nicht so viel gespielt. Ich habe ein paar Gameplay gesehen, aber... Geh mir, Senpai. Ich zeigte Sachen, die du vorher noch nie gesehen hast. Hi, ich bin Talia. Ich bin sehr kompetitiv, wenn es zu gewinnen kommt. Ich strebe manchmal Modern Warfare für S&D in Warzone, so hopefully we can come play together in my stream. Gibt's hier denn... Digga, ich hab's jetzt immer noch... Ich hab jetzt schon ein paar Mal gefahrt, aber ich hab nie in den Chat geguckt. Gibt's hier auch... Kann man nach Deutschen filtern? Ah, Digga, wie... Die ist doch vier. You are loved one has been diagnosed with a Zothelioma. You may be entitled to a financial compensation. Ich hab kein Wort verstanden, Digga. Guck mal nach Deutschen. Hey, it's Elisa. Let's play. Digga, das ist so fake, Mann. Aber die hat's mir angetan. Einfach Steel Bree. Digga, wo sieht der bitte aus wie Steel? Das ist so fake, Digga. Aber von vorne bis hinten. Guck mal, auch diese Nachricht. Hey, I'm Elisa. I love Call of Duty. Especially Modern Warfare right now. Let's play. Und dann dieser Smiley. Das ist so fake, Digga. Genauso würde ich es auch schreiben, wenn ich ein Kerl wäre, der sich ausgibt als Frau. Genauso wie es man... Guck ihr Insta. Wo sieht man das Insta-Chat? Der Name ist genauso auf Insta. Labert da. Here we go again. Buchen die... Junge, die werde ich für den ganzen Tag buchen. Nee, die hatte ich ja auch hinstritten, Gamer und Eagle GG. Deswegen, wenn ich mit der gegamt habe, dann möchte die nie wieder mit einem anderen geben. Das sage ich ihr aber jetzt gleich. Ich habe nie wieder hier. Ich buche mir die jetzt jeden Tag. Ich will jetzt einmal gucken, ob es ja auch was deutsches gibt. Die ist deutsch, oder? Guck mal, wie die Englisch redet. Das ist deutsch. Das ist deutsch, Digga. 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 Das kennt man. Hät sich auch ein bisschen nach einem Mann an, aber... Perfekt, Digga. Alles ist klar. Das ist genau mein Freudeschema. Perfekt, auch das ist genau meins. Mit dir würde ich gerne mal gamen. Bauchnabel stehe ich auch voll drauf. Toll, Digga. Das ist die Deutschen, dann ist das so ein Schuh. Hey, what's up? I have positive KD in all the FPS games I play, so I have almost 2000 hours in total in FPS. So if you want to play, hit me up. Junge, okay. Beruhig dich mal. Hi, I'm Jassy and I love COD. I've been playing COD since Model Over 2. So this game is right up my alley and if you're looking to play, hit me up. Steht auf Code. Find ich jetzt nicht so abschreckend. Unten rechts sieht deutsch aus. Die, meinst du? Oh ja, stimmt. I can't do this recording thing. Let's just play video games. Hi, are you trying to get smacked by a GoGamer? Ah, Digga, da kriege ich fast einen Ständer. Wie redet die? Hi, are you trying to get smacked by a GoGamer? Sie ist horny. Das hör ich. Du hörst das, Blackie. Du. Das ist einfach ein Kerl, Digga. Junge, den buchen wir für Monte. Stieg. Den buchen wir für Monte. Der wird so einer abgehen, Digga. Der wird nicht mehr klarkommen. Der wird nicht mehr klarkommen. Cheapest win you will ever buy. Wenn die nächsten Warzone Runden nicht laufen. Hi guys, it's Kayzen. I can speak French, German and English. I play whatever you like. Warzone, Plunder, even Multiplayer. Ja, I'll try my best. I promise. Wir haben eine. Wir haben eine. Die wird aufgelassen. Die wird gespeichert. Kann ich auch eine buchen, die ich meinen Fifa so richtig hart hinten reinpressen kann? Hi. Let's play together. Aha. Ja. Ja. Wo kommst du her? Thailand? Ja. Den kenn ich doch. Den Trick. Europe angegeben. Ja. Ja. Also bitte. Gym Gamer Girl ist Deutsch. Wo war die? Hi. Mein Name ist Bella. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich versuche mein Bestes. Ich werde so glücklich sein, wenn wir ein bisschen spielen und über alles in der Welt sprechen. Also, I'll see you soon. Digga, egal ob die Deutsch ist, mit der würde ich Englisch reden. Bei der würde ich sagen, ich bin Englisch, Digga und einfach mit ihr Englisch reden. Safe. Garantiert, Digga, egal ob die Deutsch ist. Ich würde sagen, ich will Englisch reden. Da würde ich safe sagen, ich will aber, ich will Englisch reden. Was kann man denn alles spielen? Kann man alles mögliche spielen? Man kann sogar Halfstone spielen. Cotton Mobile. Oh mein Gott. Hi, I can be your Ulu Gamer Girl. Or I can be a big scary man. I love playing games and doing voices. I can do many different characters. So, let's play. And I'll keep you entertained. Mua! Hey, I'm a controller player and I prefer to play duos, but if you want to play squads, I'm done. Oha! Ihr scheint auf Streamer zu stehen, Digga. So, Digga. Dafür, dass du Tfew und Cloaksy getroffen hast, scheint es aber bei dir nicht so zu laufen, wenn man mit einfach 1 Dollar mit dir spielen kann. Warum klingen die alle wie Männer? Also ich... Kaum eine normale Frau auf so eine Seite... Junge, es ist so eine weirde Scheiße. Einfach im Jahr 2020. Wir leben einfach im Jahr 2020, wo man Frauen online dafür bezahlen kann, dass sie mit einem zocken, Digga. Da soll noch mal einer sagen, Männer sind nicht verbittert. Two games by, one games free. Pass auf, ich buche dir eine Stunde, dann lernen wir beide mal Englisch. Hello, I play Minecraft. I am French. Bye bye. Hey guys, my name is Chloe. Come have some fun with me and let's play Fortnite. Minecraft-Bog. Man merkt einfach daran, dass wenn Jonas so anklickt, wen Jonas so anklickt, dass er auf Blondinen steht. Nee, Digga. Eigentlich Real Talk nicht. Eigentlich ist mir die Haarfarbe voll egal. Aber irgendwie... Weiß nicht, Digga. Die sieht so jung aus. Und die hat einen komischen Filter. Hi, please play Fortnite with me. Also eigentlich ist mir die Haarfarbe voll egal. Ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich lüge ich dabei. Warum schreibt ihr dabei Kappa, Digga? Warum sollte ich jetzt hier lügen? Hi, I'm Vix. Let's go play. Oh, Vix. Der Name wäre Programm bei uns beiden. Oh, nee, doch nicht. Ist ja 40 oder so. Oh, shit, hab gar nichts gesagt. Socker 40, die Alte. Hey, Vix. Hello, I'm Bella Grist. Und ich bin ein Pro- und ziemlich OOG-Fortnite-Player. Huck mich auf, wenn ihr mitgebracht wollt. Oder ich habe eine wirklich lustige Zeit mit mir. Weil ich bin ziemlich verrückt. Okay, bye! Hiiii. Sehr geil. We talk jetzt ist doch von allem ein bisschen die Jusche. Ist doch nicht doof. Weil die so natürlich aussieht. Okay, die ist schon gut geschminkt. Aber... Schau Foto unten. Ja, Digga. Hier auch. Ja, die sieht ein bisschen aus wie Carla. Ja, werde ich erstmal einen Host da lassen, Digga. Und dann bezahlt die mich dafür, dass ich mit der spiele. Wie heißt die auf Twitch? Die muss er holen. Die ist ja endgeil. Kauf. Wenn er die nicht holt. F*** Jonas. Junge Blacky. Das ist natürlich auch wieder sehr schlau, dass du deinen Bann umgehst, indem du jetzt hier Leuten wisperst. Du kleiner Sträuch. Oha, Digga. Die hat ja auch anders nichts zu tun. Die ist erreichbar von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr abends, Digga. 20.000 Follower hat die. Dann hat die bestimmt noch nötig Geld dafür zu bekommen, dass man mit dir gesorgt. Junge, mit der würde ich. Real Talk. Bei solchen Leuten, die schon groß genug sind, würde ich buchen. 2 Euro, dass ich mit denen spiele und dann würde ich sonst was in dem Stream schreien. Die hat eine 100 Dollar pro Game und kostet Poo. Alles klar, Jenny. Hey, Guys. Message me if you wanna play. Ja, Digga. Für dich würde ich auf jeden Fall 100 Dollar bezahlen. Machen wir FIFA. Ich glaube, FIFA gab es nicht. Aber ich glaube, wir können das echt mal machen, dass wir uns welche raussuchen. Nee, FIFA gibt es nicht. In Fortnite würde ich auf jeden Fall mal machen. Und dann vielleicht noch COD oder so, aber sonst die Games fühle ich jetzt nicht so. Nee, jetzt nicht heute. Ich wollte jetzt gleich noch Mario Kart zocken. Aber für Mittwoch oder so oder Donnerstag, dann nehmen wir uns einen Abend vor. Schnappen wir uns zwei Tussis. Let's go. 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 Let's go.